Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag. Wenn wir uns die Stiefel überziehen und uns auf die Suche machen, finden wir weltweit Hinweise, die auf eine Schlammflut hindeuten. Alte Gebäude, bei denen ganze Etagen im Boden verschwunden sind, bei denen sich Fenster und Eingänge unter Bodenniveau befinden. Die offiziellen Erklärungen sind überaus dürftig und befriedigen den neugierigen und logisch denkenden Zeitgenossen überhaupt nicht. Sollen wir wirklich glauben, dass unsere Vorfahren solche Schmuddelgesellen waren und all ihren Müll und Dreck auf die Strasse geworfen haben, sodass sich mit der Zeit eine mehrere Meter dicke Schicht bildete, die es nötig machte, neue Eingänge zu bauen und die Fenster der unteren Etagen zuzumauern? So alt sind diese Häuser doch gar nicht. Renovationen an Strassen und unterirdischen Kanälen förderten kein Müll zutage, sondern Dreck und Erde. Die unzähligen Fotos weisen vielmehr darauf hin, dass dieser Dreck einmal eine flüssige Konsistenz gehabt haben muss und sich ebenmässig verteilt hat, die er geradezu um diese Gebäude herumgeflossen sein muss, in Form einer Schlammflut eben. Und dann sind da die alten Fotos von menschenleeren Städten. Man mag mit der damaligen Belichtungszeit für Fotos dagegen argumentieren, doch wir sehen auch nirgends Spuren eines alltäglichen Lebens. Fuhrwerke, Verkaufsbuden, Abfall, Pferdeäpfel auf den Strassen und Blumen in den Fenstern, zum Trocknen herausgehängte Wäsche und so weiter. Alles fehlt, als ob die Städte unbewohnt sind. Sehen wir hier die Überreste eines Resets, die Überreste eines Kataklysmus, der es nötig machte, diese Städte wieder zu bevölkern? Und dann noch mit Waisenkindern, die nach 1800 zu Hunderttausenden mit Schiffen und Zügen in aller Welt herumtransportiert wurden? Wo sind all die Menschen hin, die dies alles gebaut haben? Und woher kamen diese vielen elternlosen Kinder? Was ist da geschehen? Um uns plausiblen und physikalisch schlüssigen Antworten zu diesen Fragen zu nähern, müssen wir wie Sherlock Holmes Indizien sammeln und auswerten. Und wir müssen die Grundlagen überprüfen, mit denen wir arbeiten. Wir brauchen auf alle Fälle einen guten Spaten, um tiefer in den Schlamm vorzudringen. Was wir haben, sind alte Fotos von Lernstädten, Fotos von Zügen, gefüllt mit Waisenkindern, und Fotos von Grabungsarbeiten aus der modernen Zeit, die zeigen, dass hier eindeutig etwas vorgefallen sein muss. Und das nicht nur lokal, sondern weltweit, über alle bewohnten Kontinente verteilt, finden wir dieselben Phänomene. Meterhohe Dreckschichten, die von irgendwoher kamen und die unteren Geschosse diese Gebäude zudeckten. Und diese Gebäude bergen ein Geheimnis. Genauso wie es für viele Menschen ein Geheimnis ist, wer ihre Ur-Ur-Urgrosseltern waren. Es hat den Anschein, als ob in einer turbulenten Gegenwart alles andere dem Vergessenen heimgefallen ist. Fangen wir mit den Gebäuden an. Diese Gebäude kann man sich anschauen. Man kann sie anfassen und selbst begutachten. Was für eine weltweite Katastrophe könnte so eine Schlammflut also verursacht haben? War sie natürlich oder menschengemacht? In der offiziellen Geschichte der letzten Jahrhunderte gibt es keine Hinweise auf weltweite Kataklysmen. Man findet höchstens eine Häufung von Vulkanausbrüchen, zeitlich versetzt, die allesamt als lokale Ereignisse katalogisiert werden. Es gab klimatische Veränderungen, Kälteperioden und Hungersnöte, die Menschen dazu zwangen, nach Amerika oder Südafrika auszuwandern und dort neu anzufangen. Es gab Überschwemmungen, Erdbeben und Veränderungen in den Landschaften. Alte Karten belegen dies, doch auch hier werden solche Vorkommnisse als lokale Ereignisse eingeordnet, oder gar als Irrtum der Seefahrer und Kartenzeichner abgetan. Doch wer die alten Karten studiert, der findet Veränderungen, die viel zu gross und viel zu massiv sind, als dass sie nur beiläufig abgehandelt werden können. Wie leicht wäre es doch für die Kontrolleure, die Geschichtenschreibung so zu verändern, dass alle diese Katastrophen in zeitlichem Abstand erscheinen und nicht miteinander als einziger Kataklysmus. Wie wir wissen, wäre dies für die Mächte im Hintergrund nur allzu einfach. Konzentrieren wir uns also auf die Dinge, die wir auf der Erde finden, sehen und anfassen können und lassen den manipulierten Mainstream, New Age und andere esoterische Erklärungen einmal aussen vor. Neu zu alle archäologischen Fundstätten sind unter Meer der hohen Dreck verschüttet. Der grösste Teil aller Bäume auf der Erde ist nicht älter als 250 Jahre. Kalifornien erscheint auf alten Landkarten als Insel und es sind grosse Bienenseen, Landschaften, Flüsse, Städte auf allen Kontinenten eingezeichnet, die es heute gar nicht mehr gibt. Vergleicht man die alten Karten mit den heutigen, kann man daraus schliessen, dass vor nicht allzu langer Zeit etwas geschah, was Auswirkungen auf die ganze Erde gehabt hat. Eine weltweite Katastrophe, die überall mehr oder weniger gleichzeitig stattfand, eine Katastrophe, die Seen und Städte verschwinden ließ, Landschaften und Küstenlinien veränderte und einen einschneidenden Einfluss auf die Zivilisation gehabt haben muss. In der offiziellen Geschichtsschreibung ist, wie gesagt, nichts davon zu finden und erst in den letzten Jahren haben einige wenige erfolgreich damit angefangen, das offizielle Narrativ zu hinterfragen. Es gibt auch die Theorie, die von einem langen, hoch technisierten Weltkrieg vor über 200 Jahren ausgeht, welcher an den grossen Wunden der Erde immer noch erkennbar sei. Doch ein Krieg muss nicht unbedingt die Ursache für die vielen unerklärlichen Krater, Löcher und Formationen auf der Erdoberfläche sein. Sucht man hingegen in alten Schriften, so findet man mannigfaltig Hinweise auf weltweite Katastrophen. In nahezu allen alten Kulturen gab es Flutkatastrophen, Erdbeben, die ganze Kontinente untergehen ließen und selbst in der Bibel gibt es Hinweise darauf, dass die Sonne und der Mond stillstanden und ihr Lauf gestört war. Ebenso in der Offenbarung und auch Überlieferungen anderer Kulturen spielt die Sonne mit unerklärlichen Veränderungen eine Rolle. Sogar als der eifersichtige Odysseus seine Penelope gewaltsam aus den Fängen unverschämte Freie befreite, erlosch die Sonne aus heiterem Himmel. Sonne und Mond scheinen in den alten Texten des Öfteren einige ziemlich eigenwillige Erscheinungsformen gehabt zu haben. Sonne und Mond sind ebenso wichtige Elemente der esoterischen Lehren von Geheimgesellschaften und okkulten Logen. Diese astrotheologischen Strömungen interpretieren Jesus und andere Figuren aus den Religionen als Sonne und das sicherlich nicht ohne Grund. Ja, die Sonne. Selbst heute sind sich die Mainstream-Wissenschaftler nicht einig, was die Sonne eigentlich ist und Phänomene wie etwa das messbare, regelmässige Pulsieren oder die Schwankungen der Bahn dieses Himmelskörpers sind so rätselhaft und unerklärbar, dass kaum darüber gesprochen wird. Eine stillstehende, pulsierende oder gar erlöschende Sonne ist in dem heute allerorten gelehrten heliozentrischen Weltbild ein Ding der Unmöglichkeit, da es kaum Erklärungen dafür gibt. Wie soll es denn möglich sein, die Drehung einer Masse, wie die Kugelerde sie angeblich hat, über Tage anzuhalten und den Eindruck zu erwecken, dass die Sonne still steht, nur um nach einiger Zeit die angebliche Drehung wieder aufzunehmen. Allein schon die Gesetze der Physik machen ein solches Ereignis äusserst unwahrscheinlich. Nach heutigem heliozentrischen Weltbild kann die Sonne unmöglich stillstehen, pulsieren oder gar erlöschen. Auch die Thesen mit vorbeifliegenden Kometenstaub oder Planeten in grossen Umlaufbahnen sind physikalisch mehr als unbefriedigend und es braucht schon einige unlogische Verrenkungen und Zufälle, um die beschriebenen Phänomene damit zu erklären. Da hat der Joshua aus der Bibel mit seiner stillstehenden Sonne wohl geflunkert und Odysseus' Geschichte mit der verlöschenden Sonne ist erfunden oder bestenfalls sind es fantasievolle Sagen, ebenso all die anderen in alten Texten erwähnten unerklärlichen Sonnenphänomene. Unmöglich, behauptet die Wissenschaft und so ist der Fall gelöst und kann zu den Akten gelegt werden. Wie so oft im Mainstream. Bitte weitergehen, es gibt hier nichts mehr zu sehen. Wirklich? Aber was wäre, wenn? Gehen wir doch einmal von einer anderen Grundlage aus. Es gibt heute so viele Hinweise, die darauf hindeuten, dass die Erde keine Kugel ist, sondern eine flache, stationäre Ebene, über der die Sonne und der Mond und auch alle anderen Himmelskörper kreisen. Wenn wir hier weitergraben, stossen wir auf interessante Tatsachen. Genauso wie der Globus ist die flache Erde ein Modell, mit dem man versucht, das, was man beobachtet, einzuordnen. Man kann heute mit Fug und Recht behaupten, dass wir von den offiziellen Stellen angelogen werden und dass der Globus eine grosse Lüge ist, mit dem vertuscht wird, wo wir uns befinden. Nämlich auf einer flachen Ebene mit einem Firmament darüber. Wir befinden uns in einem geschlossenen System, in dem die Regeln des Schwesternpaars Elektrizität und Magnetismus gelten. Die zum Teil recht aggressive Reaktion einiger Zeitgenossen auf diese Behauptungen, ohne sich dabei jemals mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben, zeigt nur, wie fest und grundlegend die Programmierung eines heliozeltrischen Weltbildes ist. Einem Weltbild, mit dem die okkulten Sonnenanbeter mithilfe einer völlig korrumpierten Wissenschaft ihren eigenen Gott, die Sonne, in den Mittelpunkt gestellt haben. Die flache Erde ist ein riesengroßer Themenkomplex und lässt sich nicht an einem Abend abarbeiten. Die Beschäftigung damit basiert auf echter, integrer und unbefangener empirischer Wissenschaft, ganz im Gegensatz zu dem auf Annahmen und Vermutungen beruhenden Modell eines aus dem Nichts entstandenen, unendlichen Weltalls mit fliegenden Steinwellen. Auf meinen Kanälen finden sich ausführliche Infos und Dokumentationen zu diesem Thema. Könnte also in einem Modell einer flachen Ebene die Sonne für einige Zeit stillstehen oder sogar für einige Zeit verlöschen? Die Antwort ist, ja. Es gibt Indizien, die darauf hinweisen. Man kann diese Geschehnisse mit elektrischen und magnetischen Phänomenen erklären. Die Sonne scheint, wie auch der Mond, ein Plasma-Phänomen zu sein, welches eng mit dem toroidalen Magnetfeld der Erde verknüpft ist und sich genau wie der Mond auch in diesem Magnetfeld selbst befindet. Eine Sonne, die also viel kleiner und viel näher ist, als die offiziellen Stellen vermelden. Eine Sonne, die einen masselosen, energetischen Fokuspunkt darstellt und ähnlich wie die Solonuminiszenz einen Lichtpunkt erzeugt, so erzeugt das Magnetfeld der Erde über uns einen kreisenden Lichtball. Eine Veränderung in diesem Magnetfeld könnte die Sonne beeinflussen, ihren Fokuspunkt stören und sie verlöschen oder stillstehen lassen. Würde sich das Magnetfeld dann in gegensätzliche Richtung bewegen, dann wäre auch ein Polsprung einfach zu erklären. Die These, dass ein Polsprung auf der Erde schon vorgekommen sein soll, wird heute mit Messungen von magnetischen Partikeln im Fels untermauert. Die alten Schriften sind jedenfalls voll mit Katastrophenmeldungen und merkwürdigen Vorkommnissen am Firmament. Beschreibungen von Katastrophen findet man nicht nur in alten Texten, sondern auch in Prophezeiungen der letzten Jahrhunderte aus vielen Kulturen. Katastrophen, die in der Zukunft stattfinden sollen. Viele Prophezeiungen und nicht nur alleine aus dem europäischen Raum sprechen davon, dass die Sonne nach einer Katastrophe im Westen aufgehen soll. Ebenso soll eine dreitägige Finsternis stattfinden. Alles Ereignisse, die auf einer flachen Ebene mit einer sich darüber drehenden Magnetfeldtasche durchaus physikalisch erklärbar wären. Sind etwa all diese Prophezeiungen der verschiedenen Seher nicht nur zukünftige Ereignisse, sondern auch Hinweise darauf, dass solche Vorkommnisse schon einmal geschehen sind und weisen sie auf einen grösseren Zyklus hin, dem die Erde immer wieder unterworfen ist? Auf jeden Fall ist es interessant, sich einmal mit diesen Prophezeiungen zu beschäftigen und diese auf der Grundlage einer flachen Erde und einem toroidalen Magnetfeld zu analysieren. Von vielen Sehern werden Naturkatastrophen vorhergesagt, eine Zeit der Finsternis, ein Polsprung und einen darauf folgenden Sonnenaufgang im Westen. Interessant dabei ist, dass manche Prophezeiungen davon sprechen, dass während einer dreitägigen Finsternis viele Menschen umkommen werden, weil sie in dieser Zeit mit Dämonen und bösen Geistern konfrontiert werden. Nur der gute, unbescholtene Mensch soll dabei überleben, indem er sich einschliesst, zu Gott betet und eine geweihte Kerze brennen lässt. Eine Destabilisierung des Erdmagnetfeldes könnte wahrlich die Sonne verlöschen lassen. Die Fokussierung kann verloren gehen, wie die Sterne sprichwörtlich auf die Erde sinken könnten, wenn elektrische Entladungen in der Atmosphäre leuchten, wie das phosphoreszierende Plankton im Meer. Und es könnten Energien freigesetzt werden, die das Angesicht der Erde für immer verändern. So sind die vielen Riesenkrater und Naturformationen wie das Auge der Sahara, der 300 Kilometer durchmessende Wredefortkrater oder auch das Nördlinger Ries, vielmehr die Überreste grosser elektrischer Entladungen und keine Kometen oder schwere Bomben, die zufällig immer im 90-Grad-Winkel eingeschlagen sind. Es waren Riesenblitze. Solche Krater und Schründe lassen sich skaliert mit elektrischen Entladungen in einem Labor reproduzieren. Und die Auswirkungen auf den menschlichen Verstand? Wir wissen heute, dass Magnetfelder einen grossen Einfluss auf die geistige Verfassung eines Menschen haben. Mit solchen Feldern lassen sich Gemütszustände genauso manipulieren wie Funktionen des Körpers. Es ist heute technisch sogar möglich, durch solche Felder Stimmen und Bilder in den Köpfen von Menschen zu erzeugen. Es wäre also gut möglich, dass die in den Prophezeiungen beschriebenen Phänomene durch eine Veränderung des Magnetfeldes verursacht werden könnten und es ist ebenso möglich, dass dies auch schon einmal geschehen ist. Menschen, die Dinge tun, die sie nicht tun sollten, Dinge, die ein schlechtes Gewissen erzeugen, Menschen, die gegen ihre eigenen inneren Überzeugungen leben und handelten, können sehr wohl an veränderten Magnetfeldern zugrunde gehen. Wenn die eigenen Dämonen feste Form annehmen, einen verfolgen und wenn die Jagd in Selbsthass, Wahnsinn und einem bewussten Todeswunsch endet, es scheint ganz so, als ob Menschen, die ihre eigenen Schatten, ihre dunklen Seiten nicht integriert haben, in einer solchen Situation sehr schlechte Karten haben. Bei einem solchen Ereignis würden zwangsläufig weit viel mehr Kinder als Erwachsene überleben. Kinder, deren Herzen noch rein und unschuldig sind und die keine Schatten und Dämonen haben, an denen sie zugrunde gehen können. Ist das etwa ein Hinweis darauf, warum plötzlich die vielen weisen Kinder im frühen 19. Jahrhundert auftauchten? Und diese Prophezeiungen sprechen auch von Staub, der sich in der Luft befinden soll. Staub, der sich nach nur drei Tagen gelegt hat und ungefährlich wird. Auch der Strom würde ausfallen und elektrische Geräte wären unbenutzbar. Sie sprechen auch davon, dass offene Lebensmittel verderben und dass man nicht nach draussen in die Natur schauen, sondern die Fenster mit dunklem Papier abdecken soll. Gravitation, oder besser die Schwerkraft, scheint, nach heutiger Kenntnis, in einem elektrischen Universum ein rein elektrostatisches und magnetisches Phänomen zu sein. Zwischen der Erde und dem Firmament bestehen fantastisch grosse Potentialunterschiede und eine Beeinflussung des gesamten toroidalen Magnetfeldes könnte auch Auswirkungen auf die Schwerkraft haben. Dinge könnten leichter oder schwerer werden. Staub in der Luft könnte darauf hindeuten, dass die Schwerkraft verringert ist und die Luft mit all den kleinen Partikeln angereichert ist, die sonst zu schwer zum Schweben sind. Eine Beeinflussung des Magnetfeldes kann ebenso elektromagnetische Impulse verursachen, welche Elektronik und sogar grosse Transformatoren durchschmoren lassen können. Stromleitungen können sogar dahingegen beeinflusst werden, dass sie gar nicht mehr funktionieren. Die Energieübertragung in Stromleitungen geschieht über deren Magnetfelder und Magnetfelder beeinflussen sich gegenseitig. Wie in einem Mikrowellenofen können Lebensmittel durch elektromagnetische Strahlung zerstört werden und auch das wäre ein Hinweis darauf, warum offene Lebensmittel wie Milch und Brot verdorben sein könnten und warum Nahrung in Büchsen noch essbar sein soll. Eine Büchse oder eine Stahlkiste ist ein kleiner faradaischer Käfig, der gegen elektromagnetische Strahlung wirkt. Und auch in bioelektrischen Organismen würden Phänomene auftreten, die wie ein Drogenrausch wirken können. Da der menschliche Körper ein bioelektrisches System ist, sind natürlich auch die Sinnesorgane bioelektrisch und deren Signale können durch die An- oder Abwesenheit von Magnetfeldern beeinflusst werden und eine Art mentale Seekrankheit mit Halluzinationen verursachen. Da ist der Ratschlag, sich einzusperren und diese Zeit mit verminderten Sinneseindrücken zu verbringen gar keine schlechte Idee. Fassen wir diese These einmal zusammen. Die Erde ist eine flache Ebene und sie besitzt ein in sich selber drehendes toroidales Magnetfeld, in dem alles geschieht, was wir kennen. Der äussere, wirksame Rand dieses Magnetfeldes scheint der antarktische Eisring zu sein und das Magnetfeld liegt wie der Oberteil eines Donuts über der Erde mit dem Nordpol im Mittelpunkt. Dieses Magnetfeld selbst erzeugt und fokussiert durch Knotenpunkte die Sonne und den Mond und eine Veränderung in diesem Magnetfeld hat zwangsläufig auch Auswirkungen auf diese Himmelskörper. Das Erdmagnetfeld könnte ohne einen Äther nicht existieren und es ist anzunehmen, dass der Äther als Informationsmedium und als formgebende Instanz für dieses Feld dient und so ein in Unordnung geratenes Erdmagnetfeld wieder stabilisiert. Dieses Magnetfeld dreht sich also in eine Richtung. Wenn es sich umdreht, dann drehen sich auch die Pole und der Weg der Sonne. Sie würde statt im Osten im Westen aufgehen, Norden wäre Süden und umgekehrt. Im Rahmen einer Neuorientierung des Magnetfeldes kann es gut sein, dass die Sonne entweder still steht oder ganz erlischt, bevor sie wieder ihren Fokus erhält, sich wieder entzündet und in Gegenrichtung über die Erde wandert. Doch auch Temperaturveränderungen, Brände, Erzbeben, Vulkanausbrüche und gar Kontinentalverschiebungen können die Folge sein. Wenn sich das Magnetfeld und die verschiedenen atmosphärischen Potenziale ändern und sich neu orientieren, kann auch die Aufhebung der auf Elektrostatik und kohärenten Magnetismus basierenden Schwerkraft eine Folge sein. Durch Erdbeben befinden sich unzählige Partikel in der Luft, die sonst am Boden liegen würden. Wenn sich die Schwerkraft wieder reguliert und diese Partikel dann als Aerosole mit einem Schlag abregnen, dann kann es auch zu Phänomenen wie einer weltweiten Schlammflut kommen. Auch die prophezeiten mentalen Auswirkungen können durch ungewöhnliche oder an- und abwesende Magnetfelder erklärt werden. Unsere menschlichen Körper benötigen das Erdmagnetfeld, um überhaupt funktionieren zu können. Die Narben der Erde, Krater, Löcher, verglaste Ebenen und zerfurchte Landschaften usw. sind genau die Folgen solch magnetfeldbedingter Kataklysmen. Bewegen wir uns in grösseren Zyklen, von denen wir nichts wissen oder nichts wissen sollen? Wenn die Kontrolleure dieser Welt über diese grösseren Zyklen Bescheid wissen, dann hätten sie mit Bestimmtheit ein Interesse daran, diesen Vorgang zu beeinflussen. Dass Leute wie Bill Gates die Sonne verdunkeln wollen, muss einen anderen Grund haben als die herbeifabulierte menschengemachte Klimaveränderung. Wir wissen, dass sich das Erdmagnetfeld seit einigen Jahrzehnten abschwächt und wenn man das verhindern oder verlangsamen möchte, was gäbe es da für Möglichkeiten? Man könnte die Atmosphäre mit leitenden oder reaktiven Substanzen impfen und man könnte die Potentialunterschiede in der Atmosphäre mit elektromagnetischen Wellen manipulieren. Die berüchtigten Harpanlagen und die überall sichtbaren Chemtrails am Himmel dienen wahrscheinlich nicht dazu, das Wetter zu beeinflussen, dazu gibt es weitaus einfachere und billigere Methoden, im besten Fall erreicht es schon, dass man wie das die NASA tut, riesige Dampfkanonen betreibt. Es besteht in dem genannten Zusammenhang mit dem Erdmagnetfeld die Möglichkeit, dass die Kontrolleure Mittelsubstanzen wie Barium, Strontium und Aluminium in der Atmosphäre und der energiereichen Emittierung von elektromagnetischen Wellen mittels Harpanlagen versuchen, eben dieses Magnetfeld der Erde zu beeinflussen, um einen nächsten Zyklus zu verhindern oder zu verlangsamen oder, wer Böses denkt, um diese Katastrophe selbst zu verursachen, um die einst selbst aufgesetzten Prophezeiungen wahr werden zu lassen. Wir erinnern uns, Magnetfelder beeinflussen sich gegenseitig. Theorien, wozu die Chemtrails gut sein sollen, gibt es einige, doch die Luft zu vergiften, nur um Hologramme in den Himmel projizieren zu können oder das Wetter zu beeinflussen, würden Piloten und Insider der tiefen Ebenen sicher nicht als Begründung akzeptieren. Wenn jedoch die Gefahr einer Naturkatastrophe und einer Umpolung des Erdmagnetfeldes und einer Finsternis bestünde, dann hätten die Piloten und Insider einen gewichtigen Grund bei diesen Aktionen willig mitzumachen. Sogar dann, wenn diese Substanzen in der Luft schädlich für den Menschen sind, wäre eine Aussicht auf eine solche Katastrophe Begründung genug. Der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn sich eine Umkehr des Magnetfeldes verhindern lässt, dann sind auch die Opfer solch giftige Stoffe in der Atmosphäre ein weitaus kleineres Übel als die Milliarden von Opfern, die eine solche Veränderung im Magnetfeld fordern würde. Man bräuchte es diesen Leuten nur zu erzählen und einen Schweigekontrakt würden die allermeisten wohlwillig unterzeichnen. So können wir weiterhin auch annehmen, dass unsere Vorfahren auch schon wussten, wie unser Magnetfeld mit zyklischen Schwankungen unterliegt. Oder haben diese auch versucht, das Magnetfeld und die Sonne zu beeinflussen? Hat dieser überall zu findende Sonnenkult etwas damit zu tun? Ist dies ein natürlicher Zyklus oder ist der Mensch selber die Ursache, weil er mit eigenen Magnetfeldern in der Schöpfung herumpfuscht? So viele Fragen und so wenige Antworten. Alles, was wir haben, sind alte Fotos, alte Gebäude, unsere Augen und unseren Verstand. Wir suchen Indizien, stellen Hypothesen auf und suchen nach logischen Zusammenhängen. Wir sehen die Gebäude, die Keller, die Türen und Fenster unter Bodenniveau auf allen Kontinenten. Wir sehen Bauten, die es nicht geben dürfte, Landkarten mit Veränderungen, die es nicht geben dürfte und wir haben die alten Fotos von riesigen Menschen leeren Städten. Wenn es denn eine Katastrophe gab, wo sind dann all die Menschen? Die Stiefel sind schmutzig und der Spaten wird schwer von dem vielen Schlamm und doch graben wir weiter. Wenn wir auf unsere Friedhöfe gehen, finden wir selten ein Grab, das älter als 200 Jahre ist, wenn überhaupt, wo sind denn all die anderen älteren Gräber? Wir finden etwas, wenn wir hinab in die Unterwelt steigen. Massengräber Millionen tote Menschen vor aller Augen versteckt. Wie finden sie in den geheimnisvollen Katakomben etliche Grossstädte, Millionen von menschlichen Skeletten, menschliche Knochen, wie abgekocht und säuberlich gereinigt, aufgestapelt und gesammelt, namenlos und ohne Würde eingelagert und vergessen. Warum sehen diese Knochen alle etwa gleich alt aus? Was ist mit diesen Menschen geschehen? Und wir finden überall diese Beinhäuser mit tausenden von menschlichen Skeletten, die Schädel wie Massenware aufeinander gestapelt und ausgerichtet, die Knochen durcheinander geworfen und zur Begaffung freigegeben. Menschliches Knochenmaterial, welches in Kirchen verbaut wurde als Ausdruck eines weltweiten Totenkultes und einer unermesslichen Pietätlosigkeit gegenüber den eigenen Vorfahren. Musik Und doch, nach längerer Betrachtung dieser Bilder fällt einem etwas auf. Es sind keine Skelette von Kindern zu sehen, keine Kinderknochen und Kinderschädel, nur Millionen namenlose Erwachsene. Sehen wir hier etwa die sterblichen Überreste unserer vergessenen Vorfahren, welche die letzte Finsternis nicht überlebten? Und sind wir dann selbst nicht die unwissenden Nachkommen eben dieser in alle Welt deportierten Waisenkinder? Gab es diese dreitägige Finsternis schon früher einmal? Vielleicht? Es sind alte Texte und Prophezeiungen die uns eine Richtung weisen. Ob und wann sich die Prophezeiungen erfüllen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Doch können wir feststellen, dass auf einer flachen Erde die genannten und prophezeiten Phänomene durchaus möglich sind. Es ist aber auch klar, dass Prophezeiungen oder prophetische Texte, wenn sie unklar gehalten sind, für viele verschiedene Interpretationen herhalten können und noch mehr können Prophezeiungen dazu dienen, Menschen zu ängstigen und damit zu manipulieren. Doch selbst den alten Überlieferungen und Prophezeiungen sollte man mit Skepsis begegnen. Die Kontrolleure erzählen uns Menschen immer wieder, was wir hören wollen und es wird alles getan, um uns davon abzuhalten, dass wir unsere eigenen Stiefel anziehen und schmutzig machen, um selbst zu suchen und zu graben und die eigene Geschichte zu erforschen. Wir haben Indizien. Wir kennen die Wahrheit nicht. Wir kennen die Vergangenheit nicht. Sie wird uns vorenthalten, um uns zu schwächen. Aber wir können uns darum bemühen, die richtigen Fragen zu stellen und versuchen uns mit unseren vergessenen Ahnen und unserer vergessenen Geschichte wieder zu verbinden, um unsere Wurzeln wieder zu finden. Wurzeln, die wir in einer stürmischen Gegenwart und in einer noch turbulenteren Zukunft dringend brauchen. Wurzeln